Musik Wie ist YouTube? Ich bin's, der Tim von den Tech-Profis, heute mit einem ganz interessanten Thema, weil YouTube.com hat ein wenig ausgedient. Und zwar wird jetzt demnächst ein neues Feature, quasi ist jetzt in der Beta-Phase und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch zurückzulehnen und einfach mal so einen YouTube-Abend so zu machen, indem ihr nicht eine Playlist abspielt, sondern einfach, wie der Name schon sagt, euch zurücklehnt, Leanback heißt die Funktion, einfach hinter YouTube.com schreiben und ihr habt hier die Möglichkeit, eine Videoliste eurer Wahl. Hier unten habt ihr die Wahl zwischen Comedy, Education, Entertainment und so weiter, das bekannte Schema. Und hier drüber sind dann die ganzen Videos. Und wenn ihr dann das erste Video abspielt, dann kommt einfach das nächste. Das macht es einfach möglich, in viel kürzerer Zeit viel mehr Videos zu schauen, die möglicherweise auch noch viel interessanter sind, weil sie hier in dieser Liste drin sind. Ihr könnt natürlich auch suchen, das Ganze wird übrigens gesteuert über die Pfeiltasten und wenn man Pfeil nach oben drückt, könnt ihr suchen und dann könnt ihr auch natürlich euren Lieblingskanal eingeben, Tech-Profis. Und dann habt ihr hier unten, wie ihr schon seht, jetzt Tech-Profis. Und das heißt, ihr könnt euch hier jetzt die volle Dröhnung Tech-Profis geben. Wir gehen wieder nach unten. Und jetzt werden die Videos der Reihe nach abgespielt. Wir schauen uns das einfach mal an. Gehen wir mal auf dieses hier. Es buffert ein wenig. Schön auf dem Vollbildmodus. Jetzt gehen wir hier. So, zack. Spuren vor. Kommt zum nächsten. Und wieder das nächste. Also, ihr könnt euch das reinziehen, was euch gefällt. Es ist eine Beta-Version und wird sicherlich in vielen Wohnzimmern, werden jetzt ganze YouTube-Videoabende gemacht werden, weil es ist wirklich sehr, sehr cool. Und es macht viel mehr Spaß, als jedes Mal zu suchen. Natürlich werdet ihr keine Videos finden. Zu irgendwelchen, also wenn ihr Tutorials sucht oder sowas, irgendwelche speziellen Videos sind natürlich jetzt sehr schwer zu finden. Aber die meisten sind ja sowieso nur auf YouTube, um Videos zu glotzen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, jede Menge Videos auszuwählen und euch anzuluren. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Probiert das mal aus. Schreibt uns, wie ihr das findet. Und bis dahin, bis die Tage. Ich mach den Computer aus. Tschüssikowski. 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 Vielen Dank.